Hallo zusammen! Hallo zusammen! Wer dort gahn, Putin-Donald-Ranz isch wie bei ois Der Beste bekommt die meisten Stimmen, das isch doch nichts Neues So wie beim Kille-Präsi-Bern hat Füchter streng katholisch auch Bei ihm sind Präsidentenwahlen wirklich nur symbolisch Putin! Ein Schnappchen und ein Schnappchen und ein Sanft sie kann belohnt das Heim und ein Schnappchen 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 Das Händli schüttlet bei uns im Ober-Baselbiet doch hat er die verloren denn verweigern die automatisch links und rechts und dort übersen schnappchen und ein Schnappchen und den In nachtigollen Wäldeli, do stoot es Löckerli. Äh, Nobau von dem Bändli, sissech gälter Kinderli. Äh, Adri bräuchts jo eh ekeine, hei mir jetz erfahre denn, es will jo würglich niemand nimmer of, da sissech abehaaahle. Uppi! Stempel um e Schloch, ohne Stempziech abeloch. Schloch, Michael, David Bowie, die heiss letscht Joer wies a go. Und auch der Prinz, der brünzlet nun, hei dir das auch verno. Drum wünsche mir im Waschi Gesundheit blieb is lang. Er haltet doch, mir wäre froh, du würd isch ab und zu die Schnore halten. Dach! Und ich! Er stofft da rumme Schloch, o resamtzie a a lov. Im Geld der Kinderdorf kein het, me Gschwindigkeit schustiert. Aufs Minimum, der Bauverwalter het, am Morgen studiert. Weg dem Metzgerzimmermann, der weiss das nämlich zu schätze jetz, muss er nimmer wie nen Gstörte seine Rindli nahe hetze. Uppi! Stempel um e Schloch, ohne Stempzie abeloch. Bei der Abstimmung vom Hallenbad probiert man die Welle zu lenken und tut im ganzen Dorf so ein paar Züge an die Liene hänken. Bei der nächsten Einwanderungsinitiative bei Verdenken draa, do hangen nebsch der Burkas kriminelli Lüte aus Afrika. Uppi! Er rumme Schloch, o resamtzie abeloch. Es vergold, kei dag wo nit, der Presid Donald Trump, Ein Haf, ein Käse, tut aus ein Lauf und in ein Fettnapf trankt. Wir raten euch zur Zuversicht, dass wir schon richtig kommen. Nach vier Jahren hätten die Oesterblocher auch ein Tramp in Arschbecken. Der Flüster in Belag lag daheim, die Garantie verletzt. Darum hätte man dann den schisteren Käse gerissen und ersetzt. Wenn das so klappt, noch fragen wir uns, könnte das nicht sein? Hätten wir die Norm, die neuste Regierungsröte, die Zonengarantie? Und in der Stärkerlumme schon, wo er sanft zieht abeloh. Maloia ist schon länger fort und rammt ein Färli auch. Das Fangsperbier in Sissech, gut, das interessiert kein Sau. Der Uri Gwi ist zu Rünenberg, es hätte alles müssen gehen. Ums Himmelswille, warum ist denn unser Rüdi Schau noch da? Wir hüpfen auf die Bühne, singen rassig ohne zu mohren. Wir schütten uns der Wiss wie Ege, sie die Zmitz in Schnurren. Große, liebe Leute, jetzt ist der Schnitzelbank vorbei. Denn die Eva will doch uns verrecken, dass wir pünktlich große sind. Ruhm und Zäbler! Applaus Vielen Dank.